Hallo und herzlich willkommen meine Ladies & Gentle Nerds. Heute soll es hier bei uns auf dem Kanal um die Smart Friends Box gehen. Die habe ich jetzt auch schon vollkommen eingerichtet. Aber ganz kurz zur Erklärung, was die Smart Friends Box überhaupt ist. Sie kombiniert Abus, Paulmann, Schellenberg und Steinl Geräte. Also alle davon, die quasi über Funk erreichbar sind, die sich mit diesem Gerät hier koppeln lassen. Kombiniert sie miteinander in einer App und diese App lässt sich dann halt auch über Alexa steuern. Das heißt, ihr habt dann einen Alexa-Scale, den könnt ihr installieren und könnt das dann miteinander konfigurieren. Das zeige ich euch jetzt auch später noch. Somit könnt ihr alle Geräte halt eben über Alexa ansprechen. Ihr könnt sie in Szenen einbinden, ihr könnt sie in Routinen einbinden und somit einen Teil von eurem Tagesablauf machen, was euch vieles vereinfachen wird. Ich kann euch das ja ganz einfach mal demonstrieren. Ich habe das nämlich jetzt schon fertig eingerichtet. Zum Beispiel, wir stellen uns jetzt einfach mal vor, ihr seht hier hinter mir, die Rollläden sind geschlossen. Wir stellen uns jetzt einfach mal vor, ich würde jetzt im Bett liegen, ich stehe gerade morgens auf. Und das Erste, was ich dann zu ihr sage, ist, Alexa, guten Morgen! Guten Morgen wünsche ich. Ich hoffe, die Nacht war angenehm. Ich werde nun etwas Licht ins Haus lassen. Sie sagt uns erstmal einen vordefinierten Text, den wir vorher eingestellt haben, wünscht uns einen schönen Tag und bringt etwas Licht ins Haus. Das heißt, sie öffnet rundherum alle Rollläden für uns vollkommen automatisch. Das heißt, wir müssen da gar nichts machen. Ihr seht, die Rollläden gehen einfach so nach oben. Und ja, das ist auf jeden Fall schon mal was Gutes. Ihr könnt da natürlich auch noch weitere Sachen dann mit reinbringen. Zum Beispiel, dass die Kaffeemaschine zum Beispiel angeht oder dass Musik gespielt wird oder die Nachrichten vorgelesen werden und und und. Also ihr könnt das quasi frei definieren, wie ihr möchtet. Eurer Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Dann stelle man sich vor, man sitzt auf der Terrasse. Es ist brühend warm, deswegen habe ich jetzt auch mal die Sonnenbrille so zur Demonstration an. Eben war auch tatsächlich noch die Sonne draußen, sodass ich sie gebraucht habe. Aber ich fand das einfach schön, das hat hier so reingepasst. Und deswegen, wir sitzen auf der Terrasse, die Sonne ist warm, wir haben keinen Schatten. Und dann können wir einfach sagen, Alexa, die Sonne ist hell. Dann werde ich die Markise für dich ausfahren. Dann wird sie die Markise für uns ausfahren. Also dann, jetzt habe ich kurz gestockt, weil ich nicht mehr wusste, wie der Satz war. Also ihr müsst euch schon vielleicht auch ein paar mehr Routinen anlegen. Auf Dauer macht das jetzt Sinn. Ich habe jetzt, die Sonne ist hell genommen. Man kann auch noch was anderes dafür nehmen. Ihr könnt das ja vordefinieren, wie ihr möchtet. Ich habe jetzt gesagt, die Sonne ist hell. Die Markise fährt aus, ihr seht das. So, jetzt ist die Markise einmal komplett ausgefahren. Und ja, das lässt sich somit quasi einfach dann in euer Smart Home integrieren, was ich ziemlich, ziemlich gut finde. Und vor allem, ich könnte jetzt zum Beispiel auch noch sagen, es regnet oder es fängt an zu regnen. Also quasi einmal das Triggerwort und dann es fängt an zu regnen. Diese Routine habe ich mir auch angelegt. Dann würde zum Beispiel die Markise eingefahren werden. Und der Rasenmäher, der Roboter, der hier so feuchtfröhlich umherfährt, der würde dann quasi wieder zurück auf die Ladestation geschickt werden. Und anstelle des Okays, was sie ja immer ausgibt, würde sie dann auch sagen, oh, dann fahre ich die Markise ein und schicke den Rasenmäher Roboter zurück auf seine Station. Das sind alles Sätze, die habe ich quasi vordefiniert eingestellt, weil mir dieses ständige Okay, ja, das hat mir nicht gereicht. Und dann der Tag vergeht, man hat ein bisschen sein Smart Home genutzt, das ein oder andere Licht ein- und ausgeschaltet, die Temperatur in der Heizung gesteuert oder den Staubsauger Roboter fahren lassen. Egal, was ihr mit eurem Smart Home gemacht habt. Ja, ihr habt den Brunnen vielleicht mal eingemacht. Egal, was ihr euch so jetzt vorstellen könnt, was ihr in eurem Smart Home gemacht habt, habt es ein bisschen genutzt und abends wollt ihr in euer Bett gehen. Wenn ihr in euer Bett gehen wollt, müsst ihr nicht mehr rundherum überall hingehen und müsst die Rollläden einzeln runterlassen. Nein, ihr sagt einfach Alexa, gute Nacht. Ich wünsche euch eine gute Nacht und schöne Träume. Gute Nacht und schöne Träume. Und die Rollläden gehen alle runter und nicht nur die Rollläden, nein. Alexa macht für uns auch gleichzeitig die Markise wieder rein, damit wir einfach auch das nicht machen müssen. Das heißt, sie denkt komplett für uns mit. Naja, natürlich mussten wir vordenken, wir haben das vorher so eingestellt. Aber, ja, jetzt knarrt das hier über mir wieder ein bisschen. Ihr kennt das vielleicht aus dem Markisen-Video. Aber, so ist das auf jeden Fall schon mal ziemlich gut und ziemlich cool, wie ich finde. Und, ähm... So, da ist die Markise auch wieder eingefahren. Ihr seht, die Markise ist eingefahren, die Rollläden sind alle unten. Das ist genau das, was ich so cool einfach daran finde. Man kann es komplett alles in sein Smart Home einbinden. Ich hatte sogar erst überlegt, ähm, äh, sichere das Haus ab. Also das Trigger-Wort, ne? Ihr wisst Bescheid. Und dann einfach zu sagen, äh, sichere das Haus. Und dann gehen alle Rollläden runter. Ähm, in einem weiteren Schritt, weil aktuell so, ähm, einen Nachteil muss ich direkt zu Beginn des Videos sagen. Das bemängel ich aber ziemlich groß, wie ich finde, weil das finde ich eigentlich nicht in Ordnung. Äh, und zwar, äh, damit das Ganze mit Alexa steuerbar ist, müsst ihr in der App noch etwas kaufen. Das ist zwar erst mal für sechs Monate gratis, wie ich das in der App jetzt gesehen habe. Aber danach kostet es, glaube ich, pro Monat 89 Cent oder so. Oder man kann das dann auch für ein Jahr für zwölf Euro. Ich weiß jetzt nicht, wie das, wie das jetzt irgendwie war. Ähm, auf jeden Fall finde ich es nicht in Ordnung, dass dieser Dienst Geld kostet. Und deswegen hoffe ich wirklich sehr, dass wir am Ende, ähm, in einem weiteren Video vielleicht diese, äh, Smart Friends Box in unseren I.O. Broker integriert bekommen. Weil dann haben wir den Server sozusagen in unserem heimischen Netzwerk und müssen auch keine Serverkosten für irgendeinen, äh, Cloud Server zahlen, der hier, äh, unser Smart Home steuern kann. Weil das finde ich, das ist ein Minuspunkt, wie ich finde, ähm, dass das hier Geld kostet. Weil das ist, finde ich, das finde ich nicht in Ordnung, muss ich ganz klar sagen. Aber, ähm, es ist trotzdem schon mal cool, dass es überhaupt machbar ist, dass es überhaupt funktioniert. Ähm, genau. Nachdem, nachdem ich euch jetzt, ähm, ja, Positives und auch Negatives jetzt schon über die Box gesagt habe, äh, gesagt habe, würde ich vorschlagen, ich zeige euch jetzt einfach mal, wie man das Ganze einrichtet. Und, äh, dafür gehen wir mal rein. So, nachdem ihr die, äh, Smart Friends Box dann ausgepackt habt, müsst ihr einen, äh, ja, relativ zentralen Ort am besten für, äh, die Box an sich finden. Äh, bei mir ist das jetzt hier im Wohnzimmer ganz simpel, weil hier ist halt auch mein Router. Hier unten ist mein extra LAN-Port, weil das ist sozusagen nur ein Assess-Point, äh, ist hier der Xiaomi-Router. Super gut, kann ich nur empfehlen. Äh, und dann habe ich jetzt hier auch schon, äh, an meinen Switch hier unten ein LAN-Kabel angeschlossen. Und hier das, äh, Netzteil habe ich auch schon reingesteckt. Das heißt, wir müssen jetzt als erstes mal den, äh, LAN-Port einfach hier hinten reinstecken. Ähm, das könnt ihr im Grunde genommen gar nicht falsch anschließen. Äh, das, ja, ist schon dafür vorgesehen. Und dann direkt daneben könnt ihr hier dann Strom drauf geben. Und dann stellen wir das jetzt hier so schön, schön hin, ne. Und, äh, daran, dass das jetzt alles funktioniert, das erkennt ihr daran, dass hier jetzt anfängt, ein Lichtlein zu blinken, das erste. Und, ähm, bei euch kann es jetzt am Anfang sein, dass das erste Lichtlein ein bisschen blinkt und dann nach einer Weile das mittlere Blau anfängt zu blinken. Das bedeutet, dass er einfach am updaten ist. Wartet dann einfach nochmal ein bisschen. Das kann mal so zwischen 10 Minuten, Viertelstunde gut und gerne mal dauern, je nachdem, wie schnell euer Internet ist. Und, äh, ja, wie lange eure Box nicht geupdatet wurde. Und, ähm, genau. Dann updatet ihr die Box. Ich setze mich mal hier ganz kurz hin. Dann updatet ihr die Box und dann nehmt ihr euch euer Handy. In meinem Fall ist es jetzt ein iPhone. Spielt aber letzten Endes keine Rolle, weil unter Android funktioniert das genauso. Ähm, geht unter Android halt eben in euren App Store oder in euren Google Play Store. Und dann sucht ihr jetzt hier nach Smart Friends, ja. Das sucht ihr hier einmal, Smart Friends. Und dann seht ihr hier Smart Friends Lifestyle mit diesem Logo. Das ist die App, die wir hier brauchen. Die müsst ihr einmal installieren. Ähm, ich hab sie jetzt in meinem Fall schon installiert. Und, äh, ja. Ähm, bei euch sieht das jetzt natürlich hier dann später noch nicht so aus wie bei mir, dass jetzt hier schon alle Geräte angelernt sind. Ähm, bei euch wird das dann, äh, ich melde mich mal ganz kurz ab. Bei euch wird das dann in der Regel so in etwa aussehen. Ähm, dann müsst ihr quasi erstmal das Ganze einrichten und so weiter. Ist eigentlich relativ simpel. Folgt einfach dem, was dort in der App steht. Ähm, genau. Und dann seht ihr hier Smart Box kann ich hier auch verwalten. Dann, äh, genau so in der Art wird das nämlich dann auch aussehen. Seht ihr nämlich dann dort einzelne, äh, äh, ihr könnt dann dort quasi nach der Smart Friends Box suchen. Weil dadurch, dass ihr das mit dem RJ45 Kabel angeschlossen, also mit dem Netzwerkkabel angeschlossen habt, ja. Dadurch ist das in eurem Netzwerk drin. Euer Router vergibt dem Gerät eine IP-Adresse. Und dadurch kann die App im Netzwerk die Smart Friends Box finden, ja. Äh, äh, und dann sucht ihr die. In meinem Fall hat es jetzt hier die IP-Adresse 150. Das heißt, ihr klickt dann einfach auf Übernehmen. Ich hab mir hier ein Konto erstellt. Das heißt einfach Admin. Ihr könnt euch einen Benutzernamen ausdenken, wie ihr möchtet. Ich fand Admin eigentlich ganz gut. Und dann kann ich hier einfach einmal auf Anmelden klicken. Und dann meldet er sich jetzt hier auch an. Und so ähnlich sollte das dann bei euch auch schon aussehen. Äh, bis jetzt auf das Badezimmer da oben. Das hab ich manuell angelegt. Ähm, er zeigt euch hier schon ein paar Räume an, ne. Ihr seht hier einmal Eingang, Flur, Garage, Garten, Küche, Schlafzimmer, Servicetechnik, Treppenhaus und Wohnzimmer. Hier links sehen wir noch die Szenen. Hab ich jetzt selber noch keine eingestellt oder eingerichtet. Weil ich das lieber in Alexa mache und später, wenn es denn dann möglich ist, vielleicht dann lieber sogar im I.O. Broker. Wollen wir noch hoffen, dass da mal, ja, uns eine API gewährt wird, dass wir da reinkommen und dass wir da unseren eigenen Adapter für I.O. Broker schreiben können. Wenn nicht, würde das ganze Reverse Engineering bedeuten und wir müssen die Lücken im System halt selber finden. Ist wär schade, aber wär halt eben schön, wenn man da mit dem Entwickler von Smart Friends zusammenarbeiten könnte. Wär natürlich cool, wenn das passiert, wenn der Entwickler das Video hier sieht, vielleicht hallo. Wär ganz cool, wenn ihr uns eine API zur Verfügung stellt, damit wir eine Schnittstelle für den I.O. Broker machen können. Das wäre sinnvoll, das wäre im Sinne von allen, denn sowohl die I.O. Broker Nutzer, was ja schon eine sehr große Gemeinde von über 10.000 Nutzern ist, das heißt Schellenberg, Abus, Paulmann, Steine, ihr würdet davon natürlich profitieren, denn es gibt schon über 10.000 Nutzer, die dann bereit wären, eure Geräte zu kaufen. Da auch mal bitte drüber nachdenken am besten und im Umkehrschluss natürlich auch die I.O. Broker Nutzer haben etwas davon, denn der ein oder andere hat vielleicht schon Geräte von diesen vier Marken bei sich zu Hause und kann diese somit dann in dem I.O. Broker auch noch mit anderen Dingen vernetzen. Naja, weiter im Text, hier haben wir dann wie gesagt noch Garage, wie gesagt, ich habe dann hier die Geräte eingelernt. Das Einlernen funktioniert eigentlich ziemlich simpel, wir gehen jetzt mal zum Beispiel aufs Wohnzimmer, das habe ich hier, ihr seht jetzt hier Terrassentür, Wohnzimmer Rollo 1, Wohnzimmer Rollo 2, dafür quasi einfach immer hier oben auf den Stift gehen, wenn ihr jetzt so noch gar kein Gerät eingerichtet habt, geht ihr hier oben auf den Stift, dadurch werden die einzelnen Räume zum Bearbeiten freigegeben. Jetzt könnt ihr zum Beispiel hier aufs Wohnzimmer klicken, dadurch öffnet sich einmal das Menü, welche Geräte wir jetzt schon angelernt haben, bei euch wird das leer sein, bei euch wird dann nur dieses weitere Geräte hinzufügen stehen. Da klickt ihr dann drauf, wählt dann aus, von welchem Hersteller das Gerät ist, in unserem Fall wäre es dann jetzt Schellenberg und wenn ihr jetzt zum Beispiel so ein Rollo 365 oder Rollo 365 einlernen wollt, dann wählt ihr hier Rollo Drive Premium aus, quasi einfach draufklicken, dann könnt ihr hier erstmal einen Namen vergeben, ich lasse das jetzt einfach mal so, weil das löschen wir gleich wieder, Anlernervorgang starten, direkte Kopplung bereits angelernter Funksender werden gelöscht, indirekte Kopplung bereits angelernter Funksender bleiben erhalten, also klicken wir auf OK und jetzt habt ihr nämlich die Möglichkeit, wenn ihr zum Beispiel schon einen Funksender bereits habt, diese 5er Funkfernbedienung zum Beispiel, dann könnt ihr diese Fernbedienung jetzt hier in der App einlernen, dann funktioniert nämlich einmal die Fernbedienung noch und die Sprachsteuerung funktioniert, ihr könnt die quasi indirekt koppeln oder direkt koppeln, indirekt über die Fernbedienung, direkt, ja, dann wird halt eben direkt das Gerät angesteuert. Ich habe es jetzt bei mir überall direkt gemacht, weil ich werde die Fernbedienung nie wieder nutzen, weil ich wahrscheinlich immer nur die Sprachsteuerung nutzen werde, ihr könnt das ja selber bei euch entscheiden, wie ihr das möchtet. Wenn ihr es jetzt direkt koppeln möchtet, so wie ich, dann wählt ihr hier Rollo Drive Premium aus und dann steht jetzt hier auch schon, was wir machen müssen. Drücken Sie für 4 Sekunden gleichzeitig die Taste Auffahrt und die Taste Sonne auf dem Gerät, oder am Gerät, ne, ist prinzipiell ziemlich simpel, ich blende euch jetzt hier mal ein Foto ein, damit ihr seht, welche Tasten ihr beide gleichzeitig drücken müsst, für 4 Sekunden und diese 2 Tasten, wenn ihr die für 4 Sekunden gedrückt habt, dann beginnt hier eine LED anzuleuchten und diese LED, also die leuchtet nicht, die blinkt, ja, und dann, wenn das geschehen ist, drückt ihr hier einfach auf OK und dann verkoppelt er sich, jetzt wird das hier natürlich nicht passieren, weil ich jetzt schon alle Geräte eingelernt habe, aber dann koppelt er sich auf jeden Fall und wir kriegen dann ein Beispiel gezeigt, dann fragt er erstmal, hat die LED aufgehört zu blinken? Guckt ihr drauf, wenn es aufgehört hat, klickt ihr auf Ja, wenn nicht, dann auf Nein, dann ist es irgendwas fehlgeschlagen, aber wenn es halt funktioniert hat und es hat aufgehört zu blinken, klickt ihr auf Ja und genau, dann kriegt ihr direkt einen Test, da steht dann quasi, ihr seht dann hier so auf dem Bildschirm, seht ihr dann Hoch, Pause und Runter, könnt ihr quasi wie auf einer Fernbedienung einfach dann draufdrücken und das Ganze testen. Wenn der Test erfolgreich war und der Rollo geht hoch und runter oder eure Markise raus und rein, wie auch immer, dann könnt ihr das Ganze einfach mit Ja bestätigen und dann habt ihr das Gerät erfolgreich eingelernt. Dann steht das hier vorne auch drin, in unserem Fall wäre das dann jetzt hier unter Wohnzimmer und dann wäre jetzt hier halt eben das nächste Gerät drin. Ich habe es jetzt ja hier abgebrochen, deswegen ist jetzt kein weiteres drin. Wenn ihr das Ganze dann mit Alexa steuern möchtet, dann gibt es nämlich hier einen wichtigen Punkt, den ihr machen müsst und zwar müsst ihr hier unten rechts, ihr habt jetzt erstmal alle eure Geräte eingelernt, das solltet ihr als erstes tun. Und dann, der nächste Schritt ist, ihr geht unten rechts hin und dann seht ihr hier Erweiterungen. Da klickt ihr einmal drauf und dann seht ihr hier Sprachassistent Alexa. In meinem Fall, den Code, den muss ich jetzt natürlich leider zensieren, aber ihr seht, da ist unten ein Code, den müsst ihr einmal kopieren. Da ist sogar, daneben sind zwei Icons, ja. Das eine Icon ist so ein, ja wie so zwei Blätter nebeneinander zu sehen und das zweite Icon ist ein I für Information. Auf diesem Icon, wo diese zwei Blätter sozusagen nebeneinander zu sehen sind, also das erste Icon direkt nach diesem Code, das steht für Kopieren. Das könnt ihr euch einmal kopieren an dieser Stelle. Dann, wenn ihr das kopiert habt, geht ihr aus der App raus und geht in eure Alexa-App rein. Wenn ihr in eure Alexa-App drin seid, geht ihr auf hier oben einmal hin und dann auf Skills, dann sucht ihr hier oben auch ebenfalls, genau wie eben im App Store, nach Smart Friends. Und dann seht ihr hier den Smart Friends Skill. Der ist jetzt hier bei mir natürlich schon aktiviert. Bei euch sollte er noch deaktiviert sein. Den aktiviert ihr einmal, erstellt euch ein Konto und wenn ihr das Konto erstellt habt, könnt ihr dort einfach per Copy and Paste und das heißt, diesen Code, den ihr eben aus der App rauskopiert habt, den könnt ihr hier eingeben. Und dann einfach auf Aktivieren klicken und dann ist dieser Part zumindest schon mal fertig. Damit ist es aber noch nicht getan, leider. Denn jetzt kommt der Punkt, den ich eben auf der Terrasse angesprochen habe, den ich absolut überhaupt nicht in Ordnung finde, denn es ist nicht notwendig. Es ist absolut nicht notwendig und ich finde es einfach nur schade. Aber es ist halt so. Ihr müsst hier einmal auf Erweiterung erwerben klicken und dann seht ihr hier das erste Remote Home. Jetzt steht hier ab 9,99 Euro. Bei euch wird er am Anfang stehen ab 0 Euro, weil es am Anfang noch 0 Euro kosten wird. Ihr seht jetzt hier mit Remote Home können Sie auch von unterwegs auf Ihre Haussteuerung zugreifen und Geräte in Ihrem Haushalt per Fernzugriff direkt ansteuern. Remote Home ist ein kostenpflichtiger Zusatzdienst, der Kosten in Höhe von 84 Cent pro Monat verursacht. Der Dienst kann jederzeit sofort gekündigt und somit abgeschafft werden. Die Kosten werden im Voraus abgebucht und nach Abschaffung verfällt das Guthaben für die Restlaufzeit. Ich erkläre mich außerdem einverstanden, die bla 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 und so weiter und so fort und man kann hier auch ein Paket nehmen, zwölf Monate für 9,99 Euro. Also ihr seht, das ist hier ein kostenpflichtiger Dienst. Also damit wir das Ganze mit Alexa steuern können, müssen wir hier einen Beitrag bezahlen und jeder, der meinen Kanal schon lange verfolgt, der weiß, dass das absolut nicht notwendig ist. Man muss dafür kein Geld bezahlen, damit man sowohl von unterwegs als auch in seinem Smart Home Dinge steuern kann. Das kann man komplett kostenfrei realisieren. Und die Geräte von Schellenberg, ja, die sind sehr gut. Ich finde, das ist Qualität, sonst hätte ich mich nicht für Schellenberg entschieden. Obwohl die ein bisschen teurer sind als die Konkurrenz. Ich finde, die können einfach mehr und die halten länger als die Konkurrenzprodukte. Aber, dass hier die Geräte einen teureren Preis haben und der Hersteller hier trotzdem über diesen Zusatzdienst hier noch zusätzliche Kosten abverlangt, finde ich absolut nicht in Ordnung und deswegen hoffe ich auf eine Zusammenarbeit in Zukunft oder entweder auf eine Zusammenarbeit oder dass die Leute von GitHub richtig gutes Reverse Engineering hier auf die Kette kriegen, dass wir einfach diese Box da hinten direkt in den I.O. Broker integriert bekommen oder über RF Link oder sonst was eben die 868 MHz direkt, ja, ohne so eine Box vielleicht sogar, mit unserem I.O. Broker ansprechen können. Wer da auf jeden Fall noch Ideen hat, weil ich bin aktuell an allen Ecken und Kanten am Versuchen, dieses Ding in den I.O. Broker zu integrieren. Ich habe es noch nicht geschafft, muss ich ganz ehrlich gestehen, deswegen kann das Video auf jeden Fall noch ein bisschen auf sich warten lassen, aber jeder von euch, der da helfen kann und eine Ahnung, auch nur ansatzweise irgendeine Ahnung hat, eine Idee hat, wie wir das bewerkstelligen können oder selber vielleicht ziemlich gut im Reverse Engineering ist, packt euch das Ding und guckt, ja, ich stelle euch auch gerne über TeamViewer mein Gerät hier zur Verfügung, wenn ihr möchtet und das wäre auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool, wenn wir das gemeinsam alle hinbekommen als Community. Ja, wie gesagt, das braucht ihr aber hier einmal leider und wenn ihr es dann installiert habt, ja, dann müsst ihr quasi, ihr müsst dann hier auch nochmal ein Konto euch registrieren und so weiter und dann müsst ihr halt sagen, wie möchtet ihr das bezahlen, per Rechnung oder, ne, könnt ihr halt eben noch eine Zahlungsart auswählen und so weiter und so fort. Ähm, ja, ich habe jetzt hier erstmal diese sechs Monate kostenfrei ausgewählt, ähm, ja, weil ich möchte euch das Ganze ja hier zeigen und wenn ihr das dann habt, dann steht hier oben, äh, kriegt ihr dann das nämlich noch mit dazu, wo haben wir es, wo haben wir es, wo haben wir es, äh, ich lade jetzt einfach mal neu, ob es dann vielleicht dann nochmal hinzukommt, äh, ja, da seht ihr es wieder, genau, ich habe jetzt einfach nur nochmal neu geladen, dann ist es wieder neu hinzugekommen, dieses Remote Home, das kriegt ihr dann auch hinzu, ähm, und hier seht ihr, erstellt am 26.05. aktiv bis zum 26.11., also da seht ihr auch, bis wann das noch aktiv ist, ja, ähm, wenn ihr das dann quasi gemacht habt, und dann müsst ihr natürlich jetzt noch einen Schritt machen und zwar in den einzelnen, äh, Geräten, jetzt schauen wir wieder, äh, auf unser Beispiel im Wohnzimmer, ne, gehen wir jetzt zum Beispiel hier, Wohnzimmer, die Terrassentür hier hinter mir zum Beispiel, ähm, eigentlich hätte ich es Terrassenrollo, Terrassentürrollo oder sowas nennen müssen, aber egal, ich habe es jetzt Terrassentür genannt, das sollte auch funktionieren, ähm, und dann geht ihr hier einmal, wie gesagt, klickt ihr direkt, wenn ihr jetzt hier drin seid, klickt ihr einmal direkt auf das Gerät drauf, oben auf den Namen, und dann oben rechts auf diese drei Striche, und dann auf Geräteeinstellungen, und dann seht ihr hier, dieser, dieser zweite Haken, den ich hier gemacht habe, aktiviert, äh, Sprachassistent, aktiviert für dieses Gerät, ja, dann quasi Check oder nicht Check, ja, wir machen jetzt hier ein Check rein, damit es auf jeden Fall für den Sprachassistent aktiviert wird, und dann klicken wir auf Speichern, das macht ihr bei all euren Geräten, und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr einen Suchlauf starten, und wenn dieser Suchlauf dann abgeschlossen ist, dann sollten all eure Geräte auch in eurem Amazon Echo Dot drin sein, ne, das können wir ganz einfach prüfen, indem wir hier dann reingehen, ähm, und dann unter, ich gehe jetzt hier mal ganz kurz zurück, geht ihr hier rein, geht dann hier unter Smart Home, und dann unter Geräte, tauchen die dann hier einfach auf, ich habe so viele Geräte, ihr seht das hier schon, ähm, genau, und wenn ihr dann das nachmachen wollt, was ich am Anfang des Videos gemacht habe, dann geht ihr quasi einfach wieder auf die Seite hier, ne, auf die drei Striche bei Alexa oben links, und dann geht ihr auf Routinen, und ihr seht, hier habe ich ein paar Routinen angelegt, zum Beispiel die Guten Morgen Routine, ne, dann wählt ihr quasi hier einfach aus, wenn das, ne, ich mache, ich tue mal so, als würde ich eine neue machen, damit ihr das besser versteht, also klickt einfach auf das Plus, ne, wenn Folgendes passiert, macht ihr einfach Sprachdienst, quasi hier dann, äh, Guten Morgen, stellt euch jetzt mal vor, das hier wäre Guten Morgen, klickt dann einmal auf Speichern, und klickt dann hier auf Aktion hinzufügen, und dann, ähm, könnt ihr einmal hier dieses Alexa sagt auswählen, hier oben dann auf Benutzer definiert klicken, und könnt dann hier schreiben, Guten Morgen, ähm, ich mache die, äh, ich mache die Rollos hoch, jetzt als Beispiel, ups, hoch, so jetzt einfach nur als Beispiel, hinzufügen, und dann könnt ihr hier noch immer Aktion hinzufügen, immer wieder dieses Plus klicken, könnt ihr jetzt hier noch bei Smart Home irgendwas auswählen, Gerät steuern zum Beispiel, da könnten wir jetzt hier, äh, zum Beispiel dann die, ähm, hier Küchenrollo 2, ihr seht es, und da ist jetzt, äh, auch ganz wichtig, ihr könnt das quasi jetzt, äh, von 100, das wäre sozusagen ganz geschlossen, und, äh, ihr könnt es auch einfach auf 1% stellen, weniger als 1% geht nicht, es sei denn, ihr macht quasi aus, und das habe ich getestet, das funktioniert bei mir nicht, also ich muss quasi immer 1% einstellen, ähm, um es dann ganz hoch zu machen, und 100 ist ganz runter, ne, so habe ich es quasi eingestellt, und dann einfach hier auf erstellen, dann könnt ihr hier zusätzlich noch irgendwas hinzufügen, Nachrichten, Verkehr, Wetter, Musik, was ihr halt eben auch immer möchtet, und wenn, äh, ihr dann am Ende fertig seid, dann sieht das Ganze hier quasi dann so aus, wie jetzt hier mein Guten Morgen Ding, und dann seht ihr hier, einmal mit Guten Morgen wird dann hier quasi Wohnzimmerrollo auf 1% gestellt, das heißt, wird ganz hoch gefahren, ähm, äh, dann hier natürlich Schlafzimmerrollo, Wohnzimmerrollo 1, Wohnzimmerrollo 2, Terrassentür, Küchenrollo, Küchenrollo 1, Badezimmerrollo, und dann wird natürlich auch noch der Text ausgegeben, ähm, und dann habe ich hier noch ein paar andere, Gute Nacht, dann die Sonne ist hell, das war das mit der, mit der Markise, dann, ähm, fahre Rollläden in, im Wohnzimmer hoch, im Wohnzimmer und so weiter und so fort, ich habe ganz, ganz, ganz viele Routinen, habe ich auch schon ganz viele andere Videos zugemacht, und, äh, genau, das war es dann im Grunde genommen auch schon, somit könnt ihr das Ganze dann, äh, mit eurem Echo Dot steuern, und ich glaube, das ist für den einen oder anderen von euch auf jeden Fall interessant, ähm, funktioniert so jetzt dann schon mal out of the box, ihr könnt es so schon mal nutzen, und in Zukunft, äh, wer weiß, vielleicht kriegen wir das Ganze noch in unsere Smart Home Zentrale integriert, was natürlich mega cool wäre, denn dann haben wir weitaus mehr Möglichkeiten, ja, wie wir das Ding ansteuern können, und natürlich würde dann auch diese Gebühr wegfallen, was auf jeden Fall ziemlich cool wäre. Jo, dann würde ich sagen, gebe ich wieder draußen auf die Terrasse. So, und nachdem ich euch jetzt gezeigt habe, wie das Ganze funktioniert, hoffe ich euch auf jeden Fall mit diesem Video geholfen zu haben, wenn ja, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da, schreibt in die Kommentare, was ihr euch als nächstes für Videos von mir auf diesem Kanal wünscht, oder Verbesserungsvorschläge, Kritik, natürlich könnt ihr immer äußern, und, ähm, über ein kostenloses Abo würde ich mich natürlich freuen, denn abonnieren auf YouTube ist kostenlos, und wenn ihr schon abonniert, dann seid bitte so freundlich, und aktiviert am besten auch noch die Glocke daneben, weil das ist einfach nur gut für euch, denn ihr werdet dann immer sofort über ein neues Video von mir benachrichtigt, ähm, ja, was halt einfach den Vorteil für euch hat, dass ihr nichts mehr verpasst, und, ja, damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch allen ein preiswertes Smart Home, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.